Abhören mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Herzlich willkommen zu Folge 26. Wir haben heute ein Interview, so liebt und kennt ihr es. Und unser Gast heißt heute Atze Schröder. Ich sage dem ganz ehrlich, wie es ist. Super viele Abhörer werden jetzt sagen, äh, wieso ist ein Atze Schröder da? Ja, kann er überhaupt lesen. Was hat denn der überhaupt mit Hörbüchern zu tun? Mehr als ihr denkt, ihr Lieben. Der Atze Schröder hat zwei Bücher veröffentlicht und selbst eingelesen. Er hat also selber Hörbücher produziert. Wie war das eigentlich? Das war sehr beschwerlich. Also ich bin ja einer, der so mit dem gesprochenen Wort sehr gut unterwegs ist. Aber ein Hörbuch einzulesen ist dann nochmal ein Beruf für sich. Seitdem ich das jetzt gemacht habe, also zwei Hörbücher meiner eigenen eingelesen, habe ich noch größeren Respekt vor den guten Sprechern. Genau, ich habe gesehen, du hast ja noch mehr eingelesen von Max König. Ach stimmt, das habe ich auch noch gelesen. Und das war auch beschwerlich. Und Letters of Notes, bei der Veröffentlichung hast du auch mitgewirkt. Ja, aber das war nur eine Geschichte. Also solche Sachen, die kann ich dann relativ gut, weil ich auch viel Radiokomedy gemacht habe. Ich glaube, 800 Folgen Radiokomedy. Also wenn du mir dann so und denkst, so anderthalb Seiten hinlegst, das geht dann ganz gut. Aber so ein ganzes Kapitel mit eben der Dramaturgie, die es auch braucht. Und ich habe relativ, also verglichen mit anderen professionellen Sprechern, habe ich viele Versprecher oder Falschbetonungen, wo ich nochmal neu ansetzen muss. Ich habe von Arthur Brauner erzählt, der frühere Tatort-Kommissar, der liest gerne mal so richtige Schinken ein, so historische Romane, zwölf, dreizehundert Seiten. Und das macht er mal eben, so in ein paar Tagen. Ich habe mein eigenes zweites Hörbuch eingelesen, der Turbo von Marrakesch, das ist ja so ein Thriller. Und habe dann beim Frühstück Oliver Rohrbeck von den Drei-Frage-Zeichen, einer der Drei-Frage-Zeichen-Sprecher getroffen. Und der hat ja unzählige Hörbuchproduktionen auch gesprochen. Und dann, immer wenn wir uns treffen, ist es sehr nett. Wir saßen zusammen im Savoy Hotel in Köln beim Frühstück. Und dann sage ich, ja Oli, was machst du denn in Köln? Ja, ich spreche ein Buch ein. Und ich war auch gerade in der Produktion. Ich habe für mein Buch vier Tage gebraucht, 288 Seiten. Und ich habe ihn gefragt, wie lange bist du denn in Köln? Nee, erst habe ich gefragt, wie lange ist das Buch denn, was du einliest? Das waren so 380 Seiten. Ich sage, und wie viele Tage bist du jetzt in Köln? Nee, sagt er, ich fliege heute Abend wieder zurück. Das ist geil. Ja, da war ich aber echt schlecht gelaunt an dem Tag. Hast du, als du dein Buch geschrieben hast, also als du das erste geschrieben hast, hast du da schon gewusst, okay, das wirst du als Hörbuch einsprechen? Ja, weil hat es ja doch eben über die Stimme funktioniert. Und wie ich eben gerade schon sagte, viel Radiokomedy gemacht. Die Hörer waren also in bestimmten Sendegebieten auch an meine Stimme gewöhnt. Aber du hast es dir nicht schon während des Schreibens gedacht, ne? Nee, das finde ich auch richtig so. Also du hast die Geschichte geschrieben, wusstest, du liest es als Hörbuch ein. Und ich merke, du hast es dir nicht so schwierig vorgestellt, ne? Weil du dachtest, es ist deine Geschichte. Genau. Es bist du, also du bist eigentlich auf sicherem Terrain, ne? Ich habe es sogar gedacht, mit meinem Wahnsinns-Optimismus, übersteigerten Optimismus, möchte ich schon sagen, ich mache das jetzt demnächst immer. Ich werde jetzt Hörbuch-Sprecher. Ich habe mal, ich sollte sprechen für Cars, den Trickfilm. Sollte ich den Porsche sprechen? Relativ große Rolle in dem Trickfilm. Ja klar, natürlich mache ich. Hier Management, direkt Vertrag, unterschreiben, alles klar. Und dann meinten die vom Studio, ja, ach, wenn du das so gerne machst, wir machen hier gerade Lars, der kleine Eisbär. Und da könntest du auch eine Rolle übernehmen. Ja klar, natürlich, her damit. Und dann stand ich da im Studio und bin fast verrückt geworden. Und dann habe ich direkt wieder eine Agentur angerufen. Ich sage mal, das mit Cars, können wir das noch irgendwie rückgängig machen, diesen Vertrag? Er ist noch nicht unterschrieben und dann habe ich es auch gelassen. Und so ähnlich war es mit Hörbüchern eben auch. Meine völlige Selbstüberschätzung, ah, das ist doch super. Ich werde jetzt die großen Hörbücher einsprechen. Nein, und zwar gab es eine Anfrage, ich weiß gar nicht, ob das über Sabine kam oder ob das noch vor der großen Zeit war. John Niven, das erste Erfolgsbuch von Kill Your Friends. Und das hat Bela B. gesprochen, sehr schlecht gesprochen übrigens. Und dann kam das nächste Buch, das war Koma. Das hat der Markus, früherer MTV-Moderator, Markus Kafka gesprochen. Das war noch schlechter. Es war wirklich unfassbar schlecht. Eigentlich hätte man die Produktion nochmal machen müssen, wirklich. Und dann haben sie mich angefragt für Gott bewahre. Das war dann das, ja, das hätte ich... Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich finde, du hast mir gerade so ein Okay-Zeichen gegeben. Ich mag das Buch sehr. Ich habe es als Hörbuch. Ich weiß gar nicht, wer liest es da? Das hat, glaube ich, Gerd Köster gelesen. Ja. Nach dem Kafka war es halt alles so desaströs, dass sie einen richtigen Sprecher genommen haben. Eigentlich ein schönes Thema jetzt, John Niven. So, dann kam Gott bewahre. Und ich habe eine ganz andere Meinung zu dem Buch, weil ich habe es dann gelesen und habe gesagt, ich kann doch nicht so einen Blödsinn, kann ich doch nicht sprechen. Wenn man schon, wenn man gar keine Ideen mehr hat, dann schickt man Gott auf die Erde zurück. Und ich habe mit John Niven sogar mal über das Buch gesprochen und er selber ist auch nicht zufrieden mit dem Buch. Ich bin sehr zufrieden mit dem Buch, aber ich habe natürlich einen, ich gucke als Musikerin natürlich anders auf ein Musiker-Thema drauf. Aber jetzt kommt, jetzt kommt die größte Demütigung für einen eingebildeten Sprecher. Und ich mag die Ärzte sehr und mag BLAB vor allen Dingen sehr, sehr, sehr. Die haben jetzt nach Jahren, ich glaube jetzt nach zehn Jahren, Kill Your Friends noch mal mit dem richtigen Sprecher einsprechen lassen. Und es ist auch wirklich viel besser natürlich. Das ist wirklich böse. Also das war aber, glaube ich, nicht Gerd Köster. Aber Gerd Köster gehört zu meinem absoluten Lieblingssprecher. Ja, das ist ein toller Sprecher. Oh, ich bin ja auch Heiko Deutschmann. Auch sehr gut. Ich habe schon Bücher gehört, nur weil er sie gesprochen hat. Kennst du das auch, dass man guckt, wer hat es gesprochen? Und man sucht dann schon gar nicht mehr nach Titel, sondern nur noch nach Sprecher. Zum Glück wechselt es ab und zu. Also natürlich, ich hatte meine Rufus Beck-Phase. Es ist logisch, Dietmar Bär ist natürlich auch völlig klar. Frank Arnold. Ja, 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 auch so gut. Super gut. Ja, auch so gut. Wunderbar, wunderbar. Christian Berkel. Ja. Wenn Christian Berkel Oelbeck liest, besser kann man es nicht machen. Er ist ja auch französischer Muttersprachler. Das heißt, er spricht die ganzen französischen Ausdrücke so weg. Ja, sowas ist toll. Und Frauen? Katharina Thalbach nehme ich an. Ja, die sowieso. Ich habe jetzt gerade gehört. Wir hatten gerade Andrea Sawatzky. Ja, die Frau von Christian Berkel. Richtig. Wen hatte ich denn jetzt noch? Warte, Anna Schuth. Mhm. Oh, das notiere ich mir. In welchem Bereich unterwegs? Verschiedene Bereiche. Ich habe jetzt ein Buch gehört, das haben vier verschiedene Sprecherinnen. Die Liebe im Ernstfall. Klingt gut? Ja. Und zwar, das Buch hat vier verschiedene Sprecherinnen. Vier verschiedene Frauen werden beschrieben. Vier verschiedene Geschichten. Liebesgeschichten. Ehen, die alle nicht gut ausgehen. Uh. Wunderbar. Wunderbar zu lesen. Also ist, ähm, ein Freund von mir hat mir das gegeben und hat gesagt, ich habe mir dieses Buch besorgt. Also den Tipp gegeben. Ich habe mir dieses Buch besorgt, weil ich die Frauensicht mal haben wollte auf dieses Thema. Und, äh, kann ich sehr empfehlen. Gilt, gilt es dann trotzdem noch als, ähm, Liebesroman? Würdest du das sagen? Kann man das so gelten lassen? Äh, tja, gute Frage. Kann ja, geht ja auch um Liebe. Selbst auch, wenn es um unglückliche Liebe geht, oder? Ja, der Titel ist eigentlich schon genial. Liebe im Ernst. Ja, das stimmt. Äh, ja. Ich wollte eigentlich erst später drauf zurückkommen, aber wir sind mit drin. Also ich hätte jetzt nämlich auch gerne dich gefragt, so Lieblingsliebesroman. Wäre das das Aktuellste? Äh, wenn das, na, ich tue mich schwer. Nee, ich glaube, es ist kein, es ist kein Liebesroman. Gibt es da denn einen, wo du sagst, das ist es, Freunde, ich empfehle. Und mir ist jetzt egal, ob du Hörbuch oder Buch empfiehlst. Jetzt muss ich wirklich mal in mir kramen. Äh, lass uns erst. Machen wir zum Schluss. Okay, Lieblingskrimi, der kommt aus der Pistole, würde ich sagen. Ja, da überschätzt du mich. Ich mag überhaupt keine Krimis. Okay, hätte ich mir überhaupt nicht gedacht. Ähm, also in der, im Bereich. Und im Ernstfall? Nein, in dem Fall würde ich dann eher, ich weiß nicht, ob das als Krimi gilt. Don Winslow, rauf und runter, Tage der Toten, Tage des Zorns. Freunde? Äh, ist auch einiges. Tage der Toten wird, glaube ich, gerade verfilmt. Ha! Ja, und, äh, ja, Zeit des Zorns ist unter Savages oder, ja, Savages verfilmt worden, ja. Mit Benicio del Tongo als totalen Bösewicht. Äh, Lieblings-Sachbuch? Ey, du kommst ja, aber auch mit Sachen. Ich, äh, in jedem Interview behaupte ich, dass ich nie Sachbücher lese, weil ich mit der Realität nichts am Hut habe. Aber ich meine, als Sachbuch gilt ja jetzt zum Beispiel auch Erziehungshundetipps. King of Friends. Von Martin Röther, würde ich sagen, hätte ich jetzt auch gelten gelassen. Also, Liebe, im Ernstfall würde ich fast als Sachbuch gelassen, weil es ja Lebenshilfe ist letztendlich. Ähm, folgende Geschichte, dann wirst du vielleicht mich als weltfremden Menschen akzeptieren können. Äh, ich war mit meinem Patenkind, die ist 26, äh, auf den Bahamas. Äh, nicht, dass ich unbedingt dahin wollte, aber die wollte unbedingt, die wollte mit Schweinen schwimmen. Ich wusste es, ich hätte das gesagt. Weil alle Mails in dem Alter wollen mit Schweinen schwimmen. Und ich sagte, ey, lass uns doch irgendwas Sinnvolles machen, lass uns irgendwo hin, wo man was sehen kann, wo was los ist. Und sie sagt, Quatsch, sei nicht so spießig, du buchst jetzt das beste Hotel auf den Bahamas und dann fliegen wir da hin. Und dann waren wir aber vorher noch in Miami, Miami Beach, äh, im One Hotel. Ist so ein Hotel für, äh, bewusste Gäste, wo es eben makrobiotische Kost gibt und so weiter. Also toll, ne? Umweltschone Materialien und so weiter. Also wir checken ein und, äh, sie haben sehr viele Mitarbeiter, man nimmt sich Zeit für die Gäste, ne? Also Check-in dauert auch schon mal eine Stunde, wenn man sich gut unterhält. Äh, und da hat auch Spaß gemacht. Und dann kommt da irgendeine von den, äh, Mitarbeiterinnen, äh, von den Models, die da arbeiteten und, äh, fragt mich so, which newspaper do you want tomorrow to the breakfast? Und ich schaue sie an, I'm not interested in reality. Und, äh, damit konnte ich sie dann beeindrucken. Und das stimmt, ich hab absolut kein Interesse an der Realität. Ich bin da eher wie Pippi Langstrumpf. Äh, das dürfte dir auch nicht fremd sein, wenn ich in deine schönen Augen schaue. Wenn du, äh, Michel Olbeck liest und, äh, verschlingst, da würde ich schon sagen, das, das ist, äh, manchmal wie ein unschöner Blick in die Zukunft. Ja. Äh, äh, aber, ja, ich, äh, kennst du auch Gedichte von Olbeck? Nein. Aber dann ist, das ist so dann verdichtet, zum Beispiel, äh, sagt er. Gedichte von Olbeck? Ja, äh, es gibt ein. Es steht hier Lieblingsgedicht, das hab ich mich jetzt nicht mehr getraut zu fragen. Ach so, okay. Äh, ja, wie heißt denn der Band noch? Ich, äh, vom Sinn des Kampfes, genau. Das ist ein Gedichtband von ihm. Wahnsinn. Und zwar, äh, zum Beispiel, äh, ich, äh, ich geb dir ein Beispiel. Alle Begehrden und Begehrlichkeiten durchlebt, doch das Aroma der Kindheit will sich nicht mehr einstellen. Wir sind angekommen, am Grund unseres Lächelns. Opfer der eigenen Durchschaubarkeit. Ist das nicht wunderbar? Am Grund, warte mal ganz kurz, das, das Aroma der Kindheit will sich nicht mehr einstellen, ne? Also das kennt man ja, ne, dass man Sachen macht, deswegen gehen ja auch alle immer zu den alten Bands wieder hin, weil sie denken, äh, ne? Wenn man was anzapfen will. Das Aroma der Jugend wieder. Ja, das stimmt. Und, äh. Am Grund des Lächelns angekommen, ja. Opfer der eigenen Durchschaubarkeit, das ist großartig. Und ein Gedicht ist ja immer eine mathematische Gleichung. Und das begeistert mich an Gedichten, dass, äh, ein Gedicht ausgeht. Und das betrifft ja, äh, eben gute Rap-Zeilen auch. Ja. Gut, eigentlich jeder Liedtext sollte funktionieren. Ja. Oder kann funktionieren als Gedicht. Oder ich kenne eine Zeile, das kann ja auch noch so kurz sein. Zum Beispiel, äh, unsere Liebschaft ist jetzt zu Ende, unsere Affäre ist zu Ende. So endet also die Ballade wie viele andere. Traurig. Schade. Ach siehst du das. Ist das nicht schön? Ja, das war fast schon ein Duett gerade, ne? Atze, zurück. Ja. Zurück. Wir waren gerade bei deinen Büchern, wir waren bei Hörbüchern, dann sind wir abgeschweift über Sprecher zu tollen Inhalten. Mit diesen Büchern warst du auch auf Lesereise. Ja. Was würdest du denn sagen, ist da für dich der Unterschied zu einer Atze Schröder Show oder Atze Schröder liest? Oder verschwimmt das miteinander? Oder was hast du so festgestellt? Weil natürlich Lesereise bedeutet einem Autor, wenn wir mit Autoren sprechen, sehr, sehr viel. Es wird geliebt oder gehasst. Aber was alle Autoren sehr schätzen, ist der direkte Kontakt zu den Leuten. Wie ein Konzert empfinden die das oft? Ja, so habe ich es auch empfunden, so als Unplugged Konzert. Ja, weil es ist leiser. Es ist nicht so krachend. Intimer natürlich. Obwohl da auch Säle dabei waren mit 900 Leuten. Aber trotzdem sind die Leute aufmerksamer. Und da kann ich es auch besser ertragen, wenn mal zehn Minuten nicht gelacht wird. Wie hast du es inszeniert? Oder wurde es immer mehr inszeniert, weil du dir immer sicherer warst über die Stellen, die du vorlesen willst? Das stimmt. Ich war mir immer sicherer über die Stellen. Ich bin jetzt am nächsten Sonntag wieder auf einer Lesung in Hamburg und habe dieses erste Exemplar noch, was ich damals mitgenommen habe. Weil die Stellen da, weil alles schon so schön angestrichen ist. Sätze, die man auslässt, vielleicht eine Erklärung hinzufügt. Und das ist auch so schön an Lesung, dass man erst mal das Buch zulassen kann oder immer wieder zumachen kann, um den Zuhörern zu erklären, wie man auf die Idee gekommen ist, was da los war, was im Umfeld los war. Ja, das ist schon eine tolle Sache. Das ist schön intim. Ja, ich liebe Lesungen und genau so. Das ist der Grund, warum man auf Lesungen gehen sollte, weil man wirklich hinter die Kulissen schauen kann. Ja, das finde ich. Also ich finde beides gut. Ich finde Tournee klasse, vor allen Dingen fürs Portemonnaie. Und ja, diese Lesereisen, die sind so herrlich intim. Ja, das ist wirklich. Lesereise, okay. Wenn du selber schreibst, kannst du dann lesen? Kannst du andere Sachen dann lesen oder stört es dich? Ja, mich stört es, ja. Ich kann nicht dann was anderes lesen. Es gibt richtig dann also Zeiten in deinem Leben, wo du keine Zeit hast für Bücher oder eben Hörbücher, sondern da bist du in dir, in deinem Kosmos. Genau, genau. Und sonst tauchst du wieder in einen anderen Kosmos ein. Ich weiß nicht, wie du liest, aber ich verliere mich in Büchern und bin dann in dieser Welt. Ja. Und dann fällt es mir schwer, da wieder aufzutauchen und in meinen eigenen Kosmos wieder einzubringen. Das heißt, Lesen ist Vergnügen. Das höre ich auf jeden Fall raus. Ja, unbedingt. Und Hörbücher hören auch? Und Leidenschaft auch. Ja, wenn der Sprecher gut ist, ja. Wann hörst du eigentlich? Das habe ich ja eben genannt. Ja, genau. Wann hörst du? Hört auch zu den Sprechern, die ich so rundherum wie eine warme Badewanne genießen kann. Genau. Wann hörst du Hörbücher? Wann kommst du dazu? Im Zug. Ich fahre sehr viel mit dem Zug. Auch eigentlich gegen mein Image, aber was soll es jetzt? Ich bin ja alt genug, das jetzt zu sagen. Ich würde auch nie Porsche fahren übrigens. Im Porsche höre ich immer schön Hörbücher. Ja, im Auto kommt auch schon mal vor. Aber ich fahre sehr viel Bahn und höre da Hörbücher oder Podcasts. Genau, Podcast. Du bist ja selber Teil von zwei Podcasten. Einmal die Zärtlichen Cousinen und Betreutes fühlen. Wie hat sich dir die Welt der Podcaster eigentlich erschlossen? Wann bist du denn da drüber gestolpert? Und wann bist du denn dazu noch gekommen? Ja, vor einem Jahr ging es los. Das Töne, mein Manager, sagte, du kennst doch mit Till, ihr schreibt doch sowieso immer alles zusammen. Dann könnt ihr doch auch schön einen Podcast machen. Und wir sind beide ja so, wir sind ja alte Herren letztendlich. Gut erhaltene mit 50er, mit wenig Laufleistung. Aber wir waren sofort dagegen natürlich. Was soll das denn sein? So ein Blödsinn, dieser ganze neumodische Kram. Wir haben nichts gegen Veränderung, solange alles so bleibt, wie es ist. Und dann haben wir Podcasts gemacht. Und dann ging er sofort durch die Decke. Schon der erste ging total ab und ab. Da hatten wir es natürlich erfunden. Und dann kam der zweite Podcast, das war auch Idee von der Agentur, Leon Winscheid, Dr. Leon Winscheid. Der hat Wirtschaftspsychologie, glaube ich, studiert. Hat seinen Doktor, hat er auch drin, promoviert. Und er ist in derselben Agentur. Und dann hieß es, ja Mensch, ihr könntet doch mal zusammen. Und Leon ist jemand, der ist zuweilen so intellektuell arrogant, sagen wir es mal so. Das ist ein feiner Kerl, aber lässt einen auch schon mal spüren, dass er da oben die Lufthoheit hat. Und wir kannten uns gar nicht. Und dann hatten wir das erste Treffen. Und er hatte ein Konzept für diesen Podcast und meinte dann irgendwann, naja, vom Grundsatz soll es so sein. Also ich bin der Wissenschaftler, ich bin der Doktor der Psychologie und du bist dann der dumme Atze, der Fragen stellt. Und dann aufgrund meines Lebensalters und meiner Erfahrung bin ich auch ruhig geblieben und habe dann irgendwann gesagt, naja, Leon, aber was ist denn, wenn sich herausstellt, dass du gar keine Ahnung hast und einfach nur gut lernen kannst, ansonsten voller Trottel bist. Und dann kriegte er so langsam Respekt. Dann haben wir drei Podcasts gemacht. Podcasts, Podcaste, Podcaste. Und wir waren nicht zufrieden. Und eigentlich waren wir schon so weit, dass wir gesagt haben, es hat keinen Zweck, wir kommen nicht zusammen. Und dann so beim vierten, wir haben immer wieder neu angesetzt. Und beim vierten sprang der Funke dann über. Und seitdem lieben wir uns so ein bisschen. Ich muss sagen, ich finde es richtig cool. Also das erwartet man, glaube ich, nicht, dass du da so einen langen Mut beweist bei so einem Projekt, was ja jetzt nicht total naheliegend ist, sondern dass du guckst es dir an, machst es nochmal, machst es nochmal und schaust und hast irgendwo in dir auch gefühlt, vielleicht Ehrgeiz. Der Ehrgeiz hat dich da getrieben, weil du schon auch gemerkt hast, irgendwas ist. Das macht ja auch Spaß, wenn man einen richtigen Partner hat. Das gilt auch für eine Ehe oder überhaupt für Beziehung. Aber es war so, dass genau, bevor ich überhaupt angefangen bin mit Podcast, habe ich mich informiert, wie Podcast funktioniert. Habe so erfolgreiche Podcaste mir angehört und bin auf Hotel Matze gestoßen und fand das sehr, sehr interessant. Und komischerweise, als ich mittendrin war bei Hotel Matze, habe da vier, fünf, sechs Folgen gehört, kam eine Anfrage von Matze, hast du nicht Lust? So, dann war ich bei ihm im Podcast, war auch über zwei Stunden und ich habe in den letzten zehn Jahren auf nichts so viel positive Resonanz bekommen, wie auf den Podcast im Hotel Matze. Ich liebe, also wir lieben Matze Hilscher sehr, ist ja auch ein Musiker, ein ganz begnadeter, ein toller Mensch, ein ganz toller Freund. Ja, witzig, habt ihr gar nicht, habt ihr darüber euch nicht ausgetauscht. Nee, ich weiß, dass er bei Virginia in Auge spielt hat. Virginia jetzt, genau. Oder jetzt, ja. Und er ist Bassist, glaube ich. Genau, die haben zeitgleich angefangen quasi. Ach so, ich wusste aber nicht, dass er ein guter ist. Guter Musiker. Also, dass er ein guter ist, weiß ich schon, aber nicht guter Musiker. Du hast auch mal als Musiker angefangen. Rhythmusgefühl hast du auf jeden Fall. Was ja auch wichtig ist für Dramaturgie. Ja, stimmt. Viele, neun von zehn Komiker sind Musiker. Das wäre mir jetzt so gar nicht bewusst gewesen. Aber was meinst du, wie, was? Ja, weil Komik viel mit Rhythmus zu tun hat. Piet Glocke hat es ja auch tatsächlich immer so gemacht. Der ist ja auch nur ein sehr, sehr guter Musiker. Den kenne ich übrigens noch. Piet Glocke als Gitarrist von den Sklaven der Liebe, wo Helge Schneider damals spielte, Saxophon und Herbert Knebel, also Uwe Lyko im wahren Leben, war Gitarrist da. Ja, viele Musiker sind, ne umgekehrt, viele Komiker sind Musiker, ja. Es kommt aufs richtige Rhythmusgefühl an. Man darf auch keine Angst vor der Bühne haben, würde ich sagen. Da muss man sich auch schon mal zu Hause fühlen. Wie bist du denn zur Bühne gekommen? Ja, also angefangen habe ich im Kinderchor tatsächlich. Und da wird einem dann Bühne vertraut. Und dann haben da die großen Mädchen immer die Solos gesungen. Und da hast du eben auch richtig singen gelernt. Genau. Richtige klassische Ausbildung. Ja, das hilft natürlich. Ja, das ist... Ich komme ja auch aus einer Musikerfamilie. Mein Vater war auch Musiker. Und deswegen war es nie eine Frage, irgendwann auf die Bühne zu gehen. Meine Schwester war eine sehr gute Pianistin. Und so war der Schritt nicht mehr weit, vom Schlagzeug dann ans vordere Mikrofon ranzukommen. Obwohl, für manche Leute ist der Schritt sehr weit, aus der zweiten Reihe in die erste zu gehen. Das kostet schon ganz schön viel Mut, finde ich. Ja, auf der Bühne war ich wenigstens schon mal. Sagen wir es mal so. Mich hat es so ein bisschen nach vorne gedrängt. Und ich habe sogar letztes noch Schlagzeug gespielt. Eröffnungsshow für den Deutschen Comedypreis haben wir ein paar Rammstein-Nummern gespielt. Und so ein Medley, Elton John Medley. Das bringt, glaube ich, richtig Bock, oder? Ja. Wenn du dann nochmal als Schlagzeuger richtig aktiv bist und die Leute haben bestimmt Kinnlade nach unten. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich hatte dann auch dafür auch geprobt. Was gemein ist den anderen gegenüber, wie du weißt. Genau, wer übt, betrügt die Kollegen, heißt das. Ja, genau. Du hast Athen Atze-Schröder vor über 25 Jahren erfunden. Ist wirklich schon so lange her jetzt? Ich kann es mir nicht glauben. Frisch siehst du aus. Ja, und das nach so einem Abend wie gestern. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Es ist 25 Jahre und ich kann es ja selber nicht glauben. Ich weiß, 2003 habe ich den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Und dann habe ich in der Garderobe gestanden und hatte den Preis in der Hand und habe für mich selber gedacht, lieber Gott, hängen noch ein, zwei Jahre dran. Das macht gerade so viel Spaß. Und das war 2003. Das ist verrückt. Ja. Wann war dir denn klar, ich finde, du bist einer der wenigen Personen des öffentlichen Lebens, hier setze ich so in Anführungszeichen, die sagen, Atze-Schröder ist Atze-Schröder und Privat ist Privat. Ab wann war dir das klar? Weil sowas ist einem ja als junger Künstler gar nicht klar. Vor allen Dingen im Umgang, finde ich, also das ist zumindest meine Erfahrung mit den Medien, man hat ja erstmal selber damit zu tun, du hattest ja erstmal damit zu tun, dir eine Nummer zu überlegen, eine Figur zu überlegen, eine Geschichte zu erzählen, die ganzen Termine wahrzunehmen, zu einem Management zu kommen. Es gibt so ganz andere Sachen, die man erstmal braucht, um sich auf zwei Beine zu stellen als Künstler, um sich, finde ich, auch als solcher wahrzunehmen. Aber wann hast du so gemerkt, nee, das sind für mich zwei verschiedene Welten? Ach, ich bin ja so reingestolpert. Diese Atze-Figur, die habe ich nicht lange vorbereitet, sondern meine Schwester und ich, wir haben uns zu Hause immer über Typen lustig gemacht, die große Fresse haben, die immer drüber sind und trotzdem die guten Frauen abkriegen. So im gewissen Alter stehen die Frauen ja auf Cowboys, später gucken sie dann auch schon mal in der zweiten Reihe, wo die interessant sind. Und so sollte das eigentlich sein, weil der eine viel zu große Fresse hat, aber trotzdem damit durchkommt. Das war nicht auf lange angelegt. Ich habe gedacht, das kannst du vielleicht mal ein Jahr machen. Und die Brille, die ich am Anfang hatte, das war so eine Oma-Brille. Ich habe da gar nichts durchgesehen. Die hatte Stärke. Oder Cowboys-Stiefel. Ich habe mir Jahre keine Cowboys-Stiefel gekauft, weil die sind ja auch teuer, Cowboys-Stiefel. Das stimmt. Und ich hatte so alte Stiefel von meiner Schwester, die ich hinten so ein bisschen aufschneiden musste, damit die überhaupt passen. Ich habe da gar nichts drin investiert und dann hat sich das so entwickelt. Und naja, irgendwann merkte ich, das ist ganz komfortabel, wenn ich das voneinander trenne. Ja, und dann habe ich es auch durchgezogen. Dann ging es los mit der Serie 99 bis 2007, die Kiosk-Serie bei RTL. Dann fanden Partys bei uns vorm Haus statt, Freitagsabend, mit Bierkisten und so weiter. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du dich mal so richtig abschotten. Und so ist es dann entstanden. Ich finde es auch sehr gut und kann es auch absolut respektieren. Ja, es gibt ja, Stefan Raab hat immer, jedes Mal, wenn ich bei TV Total war und ich war oft da und ich kenne Stefan noch aus Schülerbandzeiten, hat er gesagt, scheiße, warum habe ich es nicht so gemacht wie du? Das glaube ich, das denken sich wahrscheinlich viele. Was würdest du sagen, wie viel gehört Stimme zu Atze Schröder? Gibt es da eine Art Transformation? Du meintest vorhin, okay, es gibt ja diesen Schritt auf die Bühne. Licht geht an, die Bühne ist deins. Du fängst an zu dirigieren. Verändert sich dann deine Stimme? Das kann ich selber gar nicht sagen. Ich singe mich auf jeden Fall immer ein. Hey, das habe ich auch noch nie gehört. Das finde ich richtig cool. Ja, weil ich ja relativ viele Termine spiele und ich hatte Jahre, da habe ich 300 Jobs im Jahr gemacht. Aber 180 Livejobs, Galas, Fernsehshows plus alles Atze noch drehen mit dreieinhalb Monaten Drehzeit. Und ja, dann fängst du ja, in einer Band früher habe ich auch gesungen und dann, wenn du schon mal gesungen hast, dann weißt du, dass du die Stimme gut behandeln musst. Woher hast du deine Gesangsübungen? Ich habe überhaupt keine Ausbildung. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich singe Töne mit, ich halte Töne. Im Vorprogramm so die letzten Nummern, da läuft, also ist bei mir cool, da läuft Status Quo eine Nummer, die summe ich mit und summe auch tiefe Töne. Und ich merke halt, wie gut mir das tut. Und Stütze? Machst du Stützeübungen? Die können wir gleich nochmal zusammen durchgehen. Das kann ich gar nicht. Das ist sehr gut für die Lautstärke. Lautstärke. Oh ja, ich weiß, Frauen sind audioerotische. Ja genau, aber wie? Oh ja, dann werden sie juckig, wie man im Rheinland sagt. Fantastisch. Damit wären wir bei deiner aktuellen Show. Echte Gefühle. Ja. Die kannst du mit dieser Stimme aber sowas von erzeugen. Ich, was ich super spannend finde, also das funktioniert anscheinend bei dir anders als bei uns Musikern. Bei dir gibt es Previews, Previewshows. Unfassbar umfassend, ihr Lieben. Das ist schon, das würde bei mir schon als echte Tour, Tour gehen. Ich nehme mir das raus, einfach diese Zeit. Das zahlt sich hinterher so sehr aus. Du hast hinterher so ein eingegroovtes Programm. Du weißt, wo deine Gags sind. Die Teufel lachen ja nicht da, wo sie sollen, sondern... Wo sie wollen. Ja, absolut. Es gibt Stellen, die schreibe ich hin, weil wir sie vielleicht zu zweit oder zu dritt geschrieben haben und ich denke mir, ach, das wird sowieso nicht klappen und streiche mir andere Gags an, die todsicher sind. An der todsicheren Stelle hat keiner gelacht, aber an der anderen Stelle biegen sie sich vor Lachen. Jetzt sind zwei Fragen aufgepuppt. Erstens, wie lange dauert dieses Schreiben, diese Vorbereitung von so einer Show? Wir treffen uns halt immer mal wieder und ich bin jetzt, sagen wir mal, insgesamt vielleicht drei Monate. Aber ich bin echt eine faule Sau, das muss ich schon sagen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Herbert Grönemeyer nach dem Tod seiner Frau erst mal so ein halbes Jahr in London im Studio einfach nur abgehangen hat mit den Musikern. Abgehangen, ein bisschen was gespielt. Die Idee hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, ich habe Micky Beisen jetzt und Till Hoheneder mit aufs Boot genommen und dann haben wir drei Wochen erst mal nur gesegelt. Und dann meinten die schon, die sind ja so fleißig, sag mal, du bezahlst uns hier, sag mal, da habe ich immer gesagt, Quatsch, Arbeiten können wir noch früh genug. Und auch das war eine gute Arbeitsweise. Mittlerweile ist die Arbeitsweise so, ich gehe schon auf Preview-Tour und habe noch gar kein Programm und spiele noch viele alte Nummern und probiere aber schon mal Sachen aus, die ich so im Kopf habe, wo ich Notizen habe. Und so in diesem Prozess, wir sind jetzt, warte, jetzt spiele ich demnächst, glaube ich, die letzten fünf Termine der Preview-Tour. Das Programm ist zu zwei Dritteln fertig. So, das muss noch kommen. Und dieser Prozess hat sich für mich sehr gut ausgezahlt, weil dann kann ich so am Publikum sozusagen schreiben, auch von Tag zu Tag. Ich merke, wo ist noch eine Lücke, wo brauche ich noch Stoff. Ich habe vor drei Jahren sogar mal eine kleine Tournee gemacht, die hieß Hautnah, weil es so kleine Läden waren. Das waren so Clubs, 100er bis 300er Clubs. Und hatte absolut gar kein Programm. Habe dann mir die Zeitung unter den Armen geklemmt und habe dann irgendwas erzählt und habe da aber gut rausgefunden, was die Leute interessiert. Ich habe am Anfang sogar die Leute gefragt, was wollt ihr? Soll ich politischer werden? Soll ich gesellschaftskritischer werden? Das ist Plan A. Und jeden Abend riefen alle B. Und da habe ich rausgefunden, die wollen ihren Atze so, wie sie ihn kennen. Genauso. Der Porsche fährt, der große Klappe hat, der immer auch mal drüber ist, der auch mal ein Gag macht, wo man denkt, ei, 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 ei. Das war böse, ja. Das finde ich ja spannend. Das heißt, du sammelst für dich die Erfahrung von Abend zu Abend. Das heißt, du hast auch anscheinend gelernt, jetzt über einen verpatzten Gag oder wenn die Leute nicht da lachen, wo du willst, nicht zu verzweifeln, sondern nimmst es mit, notierst es. Und man denkt, wahrscheinlich denkst du in dem Moment schon so, ja, habe ich mir anders gewünscht. Aber es geht ja auch jetzt weiter, Freunde. Und dann direkt am nächsten Tag probierst du minimal was anders oder probierst grob was anders. Das ist interessant, weil wir mit der Setlist ähnlich verfahren, aber sicherlich nicht so fein justiert wie du. Also wir stellen dann vielleicht mal drei, vier Songs um. Aber das ist ja eben auch eine Dramaturgie des Abends. Das ist auch eine Dramaturgie, ja. Aber es kann jetzt eben nicht passieren, ach, hier haben die Leute nicht gelacht, oh Gott, Katastrophe. Sondern das ist anders, das können wir anders abfedern. Du stehst ja auch alleine da. Ich finde es schon ziemlich mutig, dann Sachen auszuprobieren. Ja, das ist ja die Möglichkeit einer Insel von Nurebeck. Da beschreibt er eben einen französischen Stand-Upper. Ein Stand-Up ist ja in Frankreich auch eine sehr dicke Nummer. Und er beschreibt die Einsamkeit des Stand-Uppers so toll. Und das ist auch so. Du bist halt, du hast überwiegend tolle Momente, wenn es läuft, wenn der Plan aufgeht. Dann stehst du halt in so einer großen Halle, da ist nur ein Mikrofon und es ist alles deins, es ist alles für dich. Diese ganze Energie. Aber du kannst auch sehr, sehr einsam sein. Oh, das glaube ich, ja. In dem Film Funny Bones, da geht es ja auch um Stand-Up. Da ist es gut eingefangen, weil er erzählt ja so ein paar nicht funktionierende Gags und wie er da schwitzt. Und dann so diese Hinter-, von hinten-Kamera filmt ihn so gegen das Licht. Und da siehst du die absolute Einsamkeit des Stand-Uppers, die sowohl geil als auch katastrophal sein kann. Ja, das glaube ich. Du bist ja sehr wenig inszeniert unterwegs, ne? Das stimmt, ja. Also es gibt ja andere Kollegen, die brauchen da Kulisse. Ja, ich habe schon Kulissen, aber eher so für den Kartenmehrwert, dass meine Leute da nicht sitzen und denken, ich will die abzocken. Das führte teilweise dazu, dass wir mit vier, fünf, sechs Sattelschleppern unterwegs waren, abstürzende Hubschrauber und so weiter. Irgendwann bin ich denn jetzt total verrückt geworden? Es geht ja auch um Inhalt. Es geht um Inhalt und der Rest ist Deko, würde ich sagen. Genau. Und bei dieser jetzigen Tour ist halt wenig Kulisse, aber letzte Woche ein Bombast-Intro zusammengebaut im Stile von Rammstein. Bei mir heißt es aber nicht, hier kommt die Sonne, sondern hier kommt der Atze. Er hat nun mal die schönsten Locken. Ja, ich freue mich schon auf die Tour, wie du merkst. Ihr lieben Abhörer, ihr habt die Chance, den lieben Atze Schröder live auf der Bühne bei seinen Shows zu bewundern. Er ist noch eine ganze Weile auf Tour. Wie lang geht's? Weiß ich, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube, Ende 2021. Okay, also. Ich würde für die Termine noch keine Karten kaufen, sondern ich mache zwischendurch nochmal ein EKG. Echte Gefühle. Willst du so ein bisschen so einen Ausblick geben, worum geht's? Was kann man erwarten oder was nicht? Du kannst auch sagen, ich verrate nichts. Doch, ich will's dir ja erzählen. Ich will nicht mal erzählen. Am liebsten muss ich dir jetzt das ganze Programm erzählen. Es geht um echte Gefühle. Und erst mal geht's im Programm um das Echte. Das heißt, dass wir aufspüren, wo wären wir überall verarscht. Ich habe jetzt in Dresden gespielt die Woche. Wenn du da auf der Bühne stehst und sagst, alles Lüge, dann bist du schnell in der falschen Ecke. Ich habe auch gemerkt, wie die aufmerksam wurden an der Stelle. Nein, aber krasses Beispiel. So bin ich auch auf das Programm gekommen. Ich gehe in den Drogeriemarkt und du weißt ja, da stehen 150 verschiedene Shampoos. Und es stehen ja unglaubliche Sachen da drauf. Für langes, verführerisches Haar. Was ist verführerisches Haar? Ich wasche mir die Haare raus und werde angesprungen. Oder du hast Seidebraucher, Seidebraucher Bergsteigermüsli. Was soll ein Bergsteigermüsli sein? Oder alle elf Minuten verliebt sich ein Sing of Parshish. Wenn es nur elf Minuten dauert, wieso ist das Mindestabo drei Monate? Und wir haben uns so an alle Lügen. Oder Jürgen Klopp zum Beispiel macht Werbung für Opel Mokka. Ich meine, der Typ verdient über zehn Millionen im Jahr. Der fährt ja nicht mit so einem Streptokoktensauger durch Liverpool. Also da geht es erst mal um das Echte. Dann im zweiten Teil geht es natürlich oft um das Zwischenmenschliche. Da kommen natürlich auch so böse Sachen drin vor, wie Patchwork ist wie Schrottwichteln. Man weiß nicht, was man kriegt. Man weiß nur, es ist kaputt. Oder was ich wirklich gesehen habe letztens. Die waren mit Sicherheit auch schon lange, lange verheiratet. Und beide so um die 60. Das war auch im Savoy Hotel in Köln. Und so Männer, die so lange verheiratet sind, die entscheiden nicht mehr gerne. Und er stand wirklich, das ist wirklich so passiert. Er, so ein kleiner Dicker im City-Hemd, steht mit dem Teller am Buffet und guckt so und guckt so und guckt so und ruft durch den ganzen Raum, Mutti, mögen wir Gouda? Nein, toll. Und das kannst du ja nur notieren. Das ist toll, ich liebe es. So war ich hier sitze, das klingt jetzt wie ausgedacht. Sie hat zurückgerufen, nimm das Zwiebel mit, das kennst du. Mehr Comedy geht auch gar nicht. Das ist natürlich jetzt alles im Programm. Das ist Comedy, aber das ist auch Liebe. Das ist ein totales Traumteam. Ich finde es richtig toll. Liebe Arze, danke für deinen Besuch. Danke für die Einladung zu deiner Tour. Wir werden dich besuchen kommen bei deinem Programm Echte Gefühle. Außerdem, wenn ihr schon vorher Lust habt, diese erotische Schnimme wiederzuhören, dann hört euch doch die Hörbücher von Atzes Büchern gesprochen, von ihm selber an. Und zwar das erste und dann kam Ute oder, oder und, der Turbo von Marrakesch. Ich werde auf jeden Fall beides heute Abend hören. Ich freue mich, mit dir ins Bett gehen zu dürfen. Dicken Knutsch von mir. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut und es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war Abhören mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks.